Moin, sind sie und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Brickfoss! Zusammen mit den X-Brave122 gegen Snake12222 und Nili1511. Die könntest du mal besseren Namen ausdenken, Alter. Ey, ich muss sagen, wir hatten heute in Englisch eine ultrageile Diskussion, ob man zu einem Afroamerikaner das Wort Nigger sagen darf. Ja, ich hab das N-Wort gerade öffentlich in den Mund genommen, meine Damen und Herren, steinig mich. Oh shit, oh shit, oh shit, den hast du erwischt. Ey, GP, du hast mich vergessen, du. Soll ich dich einfach Nigger nennen? Ach ja, stimmt, Moment. Und natürlich, der OberrendyXX Glitch, einer unserer geschätzten Stäbe in White Shark, ist auch noch mit dabei. Allerdings nur als Zuhörer. Und der Pro von GP in B-Form. Ja genau, wir sind ja die B-Form Bros oder Pros. Ich bin dann kurz jetzt auch in der Gäste dabei, wisst ihr, wo du das jetzt bist? Ich will weg, ich will weg, ich will! Oh, Junge. Ich war von zwei Seiten, GP, sag doch was. Ich war gerade zu... Der Beider war Premium weg. Haben die wirklich beide nur Dings? Und hier auf dem T-L-P. Welche Zeit, die Fresse, Mann? Keiner will dich. Der K-L-P ist der Beste, keine Ahnung, den ich jemanden kenne. Ja, ich bin schon da. Guck mal, ich hab ein Video an. Das ist das Play Breakfast, 0,50 minus... Boah, Alter, meine Rollzeit hat gerade voll nach Pizza geschmeckt, ey. Und zwar nach so einer richtig billigen Pizza. Geh weg. Ich war jetzt hinter dir. Ich konnte nichts machen, so Snack hab ich. GP, GP, GP. Ja, kein Ding, Moment. Okay, Nili hat fast keine Rüstung mehr. Und jetzt kommt noch einmal Anna ins Spiel. Nein, nicht Anna. Oh, nö. Nili hat keine Rüstung mehr. Hi, Leute, ich bin Anna. Anna ist meine kleine Freundin, müsst ihr wissen, mit der spiel ich auch immer. Und Melissa hat eigentlich auch sehr sexy. Ja, mit der spiel ich immer fünf gegen Willy. Die sind oben. Ich komme nicht rein, das Glas ist im Weg. GP, die haben beide nichts, holen die dir. Alter, alter, mach ich Instant vor, Junge, alter. GP, wir verkacken, gegen die jetzt. Tun wir auch. Na gut, erste Runde, Leute. Aber wie ihr mich kennt, ich lade auch die Loses hoch. Also an dieser Stelle nochmal GG an Snake1222 und CD151. GP, wir gewinnen noch, ich sag's dir. Ich wette um eine 10er Paysafe-Kart, dass wir es nicht schaffen. Okay, okay, GP, nimmst du wirklich jetzt. Nein, ich trau mich nicht. Ich möchte, ich meine... Weil du kennst dich. Ja, ich kenn dich. Wenn du einmal willst. Ach, fuck, der wusste, dass ich rechts stehe. Ich treff nix. Der hat kein Prämie. Mann, alter, ich hab grad ungefähr so viel Aim, als wenn ich grad mir... Äh... Mir fällt kein Vergleich ein. Fakt ist jedenfalls, ich bin grad so beschissen wie Glitch, wenn er früh aufsteht. Er ist bei mir. Fuck. Ich war alleine, Bruder. Lili hab ich. Okay, nice. Und zwei Instin, ich hab noch voll. Rechts Glitch einer. Ich weiß aber nicht, wo genau. Ich glaub, der will Leatherbug machen. Ja, der will Leatherbug machen, aber ich kann ihn gut finden. Der hat nix mehr. Warte, ich komm von hinten. Boah, Alter, das ist so peilig. Ich treff auf Fernkampf mit Full HD. Besser als auf Nahkampf. Ich helf dir. Nice. Boah, Junge, ich hab fast ein Drittel Score von Diamant. Bin ich grad OP. Ja. Alter, ich hab den Typen gerade auf Fernkampf mit Full HD besser gezogen als auf Nah. Das wurmt mich. Und zwar richtig, ey. Ey, Baby, du liest nach Partisan. Nein, nach Parmesan, Junge. Snake down. Lul, der kommt hoch. Ja. Wo ist der? Und jetzt am hoch, komm. Au. Äh. 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 Okay. Ah, der andere steht da hinten. Ah. Wo? Der steht. Hier. Der hat Hälfte. Sein der nicht den Leatherbug gut macht, hab ich nichts zu befürchtet. Die hat keine Rüstung mehr. Ja, wunderbärchen. Der Primorberg, die die spawnet, den hol ich mir. Ja. Alter, nicht glitschen. Ich bin auswährend, ich kann das nicht lesen. Hab ihn. Der andere spawnet, hol dir den. Wo ist der? Ja, ich seh's. Alter! Alter, der One-Shot-Hack! Ich hatte Full und bei mir war... Äh, äh. Alter. Gibt's noch einen Hack, ne, GP? Ich will nichts sagen, aber... Ich hatte gerade wirklich Full und ich hab geblinzelt und auf einmal war mein Prämie weg und ich war kurz vorm Sterben. Oh, Alter. Alter, wer... Alter, zum Glück hab ich nicht arzhaft gewettet, ey. Ey, meine 10er PSC, wer ist los? Au, pfüren. Nie die Hälfte. Brave, mein Sonnenschein. Alter! Mein Waldengelchen. Bist du da echt alleine vorne? Nein, nein, nein. Du tust nur so. Der ist hier rechts, der kommt hier gleich, der ist da. Ist er auf mich! Der ist auf mich? Der ist auf mich? Ich hab nix! Der auch nicht. Okay, dann war er wohl endlich mal fair. Der andere ist hier. Der kommt jetzt da, brave, bei dir, so in der Nähe. Der kommt über rechts? Ja. Soll ich die backcreep? Ich backcreep die mal ganz kurz. Ja, hab ich. Wo ist der andere? Hab ich. Ja, ja. Nein, ich hab... Ich... Ja, ich hab... Ich kam beim Nachladen und hab das ganze Magazin um seinen Kopf herum gesprayt. Also, meine lieben Zuschauer, tut mir gerade leid, dass ihr das frühere Brave Aim jetzt sehen müsst, aber ich bin gerade einfach mal stinkartig scheiße. Ich war schon immer geil. Das war ein Witz, Alter. Ne, wie will ich das eben nennen? Früheres M8 Fun Aim. Denn M8, ich muss wirklich sagen, GG, ich hab's ja schon geschrieben. Du hast da wirklich eine Aim-Verbesserung um ungefähr 300% hingewiesen. Einfach nur GG. Und nein, anhäulich werde das Thema nicht anschneiden. Ja, kann sein, dass es ein bisschen meine Schuld war und... Ich fress gerade. Ich lass mich zu leicht ablegen. Oh, Junge! Äh... Lass mich immer glitschen hier, geh mal weg. Mami. Kann es irgendwie sein, dass du gerade Instant frisst? Den nehm ich noch mit. Den hab ich noch mitgenommen. Ich bin kurz vorm Abkratzen. Geh weg, geh weg, ich bin doch... Auf, wie mitge... Brüll. Nice, ich hab Brüll, ich hab Brüll. Ich nicht. Ich hab kein Prämie mehr. Brave. Ich wollte nur sagen, wie... Ich wollte nur mal fragen, ihr könnt's ja mal in die Kommentare schreiben, wie beantwortet zwar immer eh kein Schwein auf meine Fragen im Video. Ihr könnt's ja mal trotzdem probieren. Ich würd gern mal wissen, seid ihr mit eurer Lehrerwahl zufrieden? Wenn ja... Wenn ja braucht ihr nix schreiben, aber wenn nein... Was für ne Lehre? Mit wem nicht. Was für ne Lehre? Was für ne Lehre? Ja, wen ihr alles bekommen habt. Denn wir haben einen jetzt in GRW bekommen. Fragt mich nicht, was das für ein Faust ist. Ich hab den Namen noch nie gehört. Der kommt jedes Jahr wirklich permanent nur in irgendwelchen Sandalen, wie sie die Römeren hatten und stinkt bestialisch nach Gorgonzola. Kein Scherz jetzt. Dann brüllt ihr auch immer gerne rum. Ich weiß nicht, wie der jetzt ist, aber früher war er auf jeden Fall richtig wie Markus. Einfach nur behindert. Okay, nix geht nicht, Markus. Du bist mein Bro-Junge. So. Und dann würd ich gern mal wissen, seid ihr zufrieden? Ja oder nein? Haut's in die Comments. 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 Wieso will der nur auf mich? Was hab ich ihm denn getan? Weißt du? Ich kann doch nix dafür. Was für ein Seiden-Aim? Er meint dich. Ja, aber ich verstehe das nicht. Du bist... Das ist wie das typische Braver-Aim am Start, wenn ich gerade wieder so... Ja, ich treff halt wieder so... Ja, der macht Leiterbock. Macht der? Ja, genau weg. Wo? Ja. Ja, wo macht der wohl Leiterbock? Rhetorische Frage. Recht hast du. Ich komme. Ja, weiß. Ja, ich komme immer im richtigen Moment, sagst du. Au, wie mit Gebrü! Meine Prämie ist genau weg. Alter, hey, wir sind voll brutal, ey. Äh, die sind nicht. An Tagen wie diesen. Wünscht man sich, ich sterb jetzt nicht. An Tagen wie diesen. Gip, den kannst du nochmal helfen mir? Gip, du bist du? Nee, nee, du kannst abbrechen, no problem. Nein, ich bin nicht, aber okay. Win. Ach komm, da bist du jetzt halt einmal reingegangen. Das ist doch nicht so schlimm. Ich bin einfach nicht mehr. Na gut, Leute, also ich hoffe, euch hat dieses LP gefallen. Wir sehen uns am nächsten LP wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.